ja verpisst euch mit dem paddel alter und ich bin ja mit dem brennenden stab ist okay das geht ich laufe einfach durch wird ja keiner hallo bruder was wird es ach das wollte ich verpisst dich jetzt wo ist der morges die mine aber ihr werdet niedlich seine verteidigung kommen abwarten ich zerschmettere seine verteidigung und dann töte ich ihn ihr seid verrückt alle beide leg ihn um du wirst amorges sagen dass die adlerfrau die wahrerin der griechischen welt hier vor seiner tür steht sag ihm ich komme seinetwegen wegen elpidios und ich klopfe nicht an ins kreuz wie feige alter ich kümmere mich um die augens wachen ich muss zu den minen und auf dem weg schalte ich so viele wie möglich aus hallo gibt es noch welche von euch machen kurz mal kopfgeld weg 10.000 naja weil nur deine du kannst dich nicht verstecken amorges eine frage wo er ist viel zu stillen ja ja das stimmt allerdings komm raus amorges dein schicksal erwartet dich sie ist die adlerfrau doch noch ist es nicht so weit sie ist genauso wie gerges sie in seinen einträgen beschrieben hat feurig die frau wäre eigentlich nur meinst du warst seine lieblingsfigur adlerfrau und doch hast du ihn ermordet ok gerges war ein mitglied des ordens ihr alle verdient was euch bevorsteht wir haben nicht vor beiseite zu treten gut dann irgendwas jetzt kurz oben und schnackt doch mit schnackt doch alle den kopf ab mann unserem letzten atemzug für persien ja schnack nicht lass knacke die zerstörten städte das alles dient amorges friedensvision boah sein großer plan jedes mittel ist erlaubt ja also lass knacken euch ihr kack-noobs alter hilf nicht wiederlaufen du wies 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 meine fresse geht ja gegen die ja schon wieder auf den sack hilf nicht erlaubt du musst einfach behindert sein ne das ist ganz ok Vielleicht gab es für den Innenflächen einen kürzeren Weg? Ich weiß es nicht. Hat er irgendwo jemand aufgepasst? Ich jetzt nicht. Ich laufe jetzt einfach raus. Oh, Cassandra, jetzt lauf doch, du Fuddel. Mann, da geht es um deinen Schuh, Caprica, nen Sohn. Oh, was heißt denn hier? Oh Gott, Kind. Kletter doch einfach verdammt nochmal da hoch. Oh, lass los. Ich seh schon, das wird nix. Da müssen wir doch drüber lagen. Ei, 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 ei. Wenn die Schräge da ist. Ey, was sagt das? Runterhüpfen soll ich. Wollt er hoch. Hast du nicht gerade mitbekommen, was du gesagt hast? Wir müssen einen Sohn retten. Der ist da oben, nicht da unten. Ei, 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 ei. Ja, warum wir jetzt nochmal einen Weg laufen? Und dann rumreden. Hier können wir schneller kleidern, die Alde. Manchmal stelle ich mir echt die Frage, ist es ne Kürze? Ich bin gleich da. Ja, ja. Mein Kind. Martha ist auf dem Weg. Madre mia, Tony. Äh. Ja, ja, gehen wir da lang. Sieht ganz gut aus. Ich bin ja so ein Fan, immer da irgendwo lang zu gehen. Okay, sehen tun wir nix. So. So. Du, 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 du. Du, 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 du. Der Moment vor dem Ende. Wenn meinem Sohn etwas passiert ist, kann dich nichts retten. Kein Mensch, kein Tier, kein Gott. Er ist bei mir sicher, Kassandra. Glücklich, gesund. Und ich verspreche dir, das wird er immer sein. Sei nicht dumm, Amorges. Dieser Weg kann nur zu einem Ort führen. Außer du sagst mir, wo ich meinen Sohn finde. Tut mir leid, Kassandra. Das kann ich nicht tun. Ich habe ein Versprechen gegeben. Das Versprechen, den Orden zu vernichten. Und glaub mir, ich werde es halten. Du glaubst, du könntest uns vernichten. Die Pläne des Ordens betreffen nicht nur dich, Kassandra. Was? Stets die Heldin, die glaubt, alles drehe sich immer um sie. Doch es geht um keinen von uns. Es geht um die größte Kostbarkeit von allen. Den Frieden. Dieser Krieg zwischen Athen und Sparta bedroht weit mehr als nur die griechische Welt. Das Gemetzel hat sich schon nach Persien und darüber hinaus ausgebreitet. Der Orden hat die Macht, die Welt zu retten. Und das werden wir auch. Meine Leute sind tief in allen Aspekten des griechischen Lebens verwurzelt. Wir sind in eure Institutionen vorgedrungen. In eure Tempel, eure Häuser. Wir gewinnen die Herzen deines Volkes. Durch die Macht des Ordens und Persiens Reichtum wird Sparta diesen Krieg beenden. Ein neues Kapitel der Geschichte wird geschrieben. Von uns. Sind doch alle tot. Wir haben diese Saat in den fruchtbaren Boden des griechischen Volkes eingebracht. Und nun wird der Frieden wachsen. Es bleibt nur noch eine Gefahr für den Frieden. Du. 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 Du willst also Krieg, du Monster? Ich gebe dir Krieg. Das hast du bereits. Du bist eine Verdorbene. Bebe, bebe, bebe. Die starkste und gefährlichste Kraft, auf die der Orden jemals traf. Du bist Feuer. Doch leider stehst du den Zielen des Ordens im Weg. Jetzt schnack nicht, lass knacken. Du hast unser Versprechen vergessen, alter Freund. Arta Banos. Ich hab mich schon gefragt, wann dein dramatischer Auftritt kommen würde. Denk an die Unschuldigen, die sterben mussten, Amorges. Du sagst, du willst Frieden. Aber was bringt ein Frieden, der von Tyrannen erzwungen wird? Ich kämpfte für die gute Sache. Für unsere Kinder, ihre Zukunft. Ich rettete deinen Enkel. Und ich rettete Artaxerxes in jener Nacht. Erinnerst du dich? Ich rettete ihn vor dir. Sag uns, wo Elpidius ist. Es tut mir leid. Solange ich atme, werde ich dieses Kind nicht in Gefahr bringen. Ja. Indem sie ihn aufzieht. Boah, halt die Schnauze. Mi, mi, mi. Warte mal. Falsche Aktion hier. Ach, da. Kassandra? Hallo? Hallo? Ich kann nichts machen. Die buggt. Hallo? Was soll die Scheiße? Die ist synchronisiert? Ja, mach keinen Scheiß. Die hat sich nicht mehr bewegt. Was weiß gar nicht, dass ich das Schild wegschlagen kann? Ach ja, das kann ich noch mal... Heute wirst du bluten. Boah, das kann ich noch mal ganz hochlaufen. Echt jetzt? Ach. Wir speichern vorher. Ja genau, und die sind Respawn und machen wir jetzt Leben zur Hölle. Das ist wieder die Logik, Ubisoft. Ihr habt da keinen Plan von so einer Scheiße. Echt, du. Du hast den Spielstand gespeichert. Ja, dann hör doch auf mit dem Permareespawn von deinen Affenschädeln, Mann. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Oh, Mann. Oh, die Hunde überlasse. Die Fresse. Was ist krankesüberlasse, doof er ist? Dein Gehirn vielleicht? Was für eine Scheiße, Alter. Vor allem, warum speichert er nicht einfach der Vorkurs oder bevor wir da dran waren? Nee. Ey, Savepoint wieder. On Point. Wir überspringen ja das jetzt halt, ne? Ach, halt doch die Fresse. Was bin ich denn? Ich habe bloß mich zur Suche jetzt. Ich muss da mal nur anonym sein. Was bin ich denn? Weil die Arschkekse mich jetzt suchen, weil die Spiel mich doch blöd respawned hat. Oh, dankeschön. Okay, das schwein ich jetzt trotzdem noch mal. Die Zeit hat sich einfach gerade nicht bewegt. Kein Interesse gehabt am Leben oder so. Was weiß ich. Die ist so scheiß gerade. Das wird ja auch verpackt werden. Bis jetzt jedem Gegner muss ich das Schild abnehmen. Ja, 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 ja. Okay. Heu, komm, mein Arsch. Äh, werden wir einen Geschwächt haben. Wo ist Elpedeos? Sag es mir. Sag es! Du kannst den Jungen nicht großziehen. Bei dir wird er niemals sicher sein. Er ist mein Sohn! Erinnerst du dich an die Worte, die ich König Xaxas ins Ohr geflüstert habe? Sag sie mir, alter Freund. Trotz aller Macht des Orkens konnte er euch nicht beschützen. Nicht vor mir! Oh, verpiste ich doch, alter. Kassandra! Ist mal verstorrt. Ja, mir doch, da starb ich besser. Alter, das gibt's noch mit dem Drecksack. Ich bin besser. Und ich glaube, das war da immer bis der andere da ist. Ja, genau! Ah, okay. Das war eine Druckwelle, die wir abgeriegt haben. Können Sie auch mal den Scheiß aufhören? Was macht die? No! No! Was für ein verfickter Kampf. Wer verliert er sein Schild von alleine? Auch recht. Jetzt spiel, hop, lad. Mach mal hin. Nee. Wenn du jetzt mal die ganze... Ich wollte gerade sagen, alter, wenn du jetzt unten gespeichert hast, ich hau dich. Wenn mein... Sagt... Du stehse mal durch. Ja. Nur da du bist, du war inge ich gesessen. Ja. Hm? So, mit Nenniglinge machen wir viel, viel mehr rein, Mensch. Erinnerst du dich an die Worte, die ich König Xaxis ins Ohr geflüstert habe? Sag sie mir, alter Freund. Trotz aller Macht des Autos konnte er euch nicht beschützen. Nicht vor mir. Oh, wäre das eigentlich schön, der Wichser. Ja. So. Oh, der liegt daneben. Wir müssen die Menschen beschützen, die wir lieben, Amorges. Genau das tue ich. Wo ist das Kind? In besseren Händen als deinen. Ja, ja. Bring meinen Sohn zurück, dann wird ein Schmerz enden, Amorges. Niemals. Au, genau. Wenn wir da an der Stelle endeteilen. So, machen wir das Leber voll. Was war das jetzt? Au, tut mir halt weh. Ich bin jetzt gerade besterblich, aber was ist denn los? Wir sind der Ozean. Der Orden ist endlos. So, mit Rage-Modus erwischt. Das ist irgendwie zu Perfian. Genau ins Gesicht, Alter. Oh, wie romantisch. Ist er unten oder müssen wir laufen? Die Sonne geht auf, aber auch unter. Meine Zeit ist abgelaufen, alter Freund. Tschüss. Wir waren Beschützer, Amorges. Wir waren die Helden Persians. Helden des Volkes. Das bin ich noch, Atabanos. Ich wollte nur, dass unsere Heimat sicher ist. Die ganze Welt. Das Kind, Amorges. Er ist auf einer kleinen Insel vor der Küste Messeniens. Der perfekte Ort zum Fischen. Der Orden wird niemals aufgeben, Kassandra. Du und dein Sohn. Ihr werdet immer gejagt werden. Und ich werde immer da sein, um ihn zu beschützen. Der Orden ist nicht nur eine Gruppe von Menschen. Er ist eine Idee. Eine Idee kann man nicht besiegen. Eine Idee kann nicht zerstört werden. Nicht durch Klingen, aber durch Wissen. Durch Weisheit. Durch unsere eigenen Ideen. Nichts ist absolut, Amorges. Das hast du mir vor langer Zeit beigebracht. Es wird immer Tyrannen geben. Und es wird immer dich geben, mein Bruder. Um sie aufzuhalten. Ah, jetzt ist er endlich kaputt. Die MAD ist abgelaufen. Schön. Geh in Frieden, alter Freund. Ich würde ihn nachherunterschmeißen, zu aller Vorsicht. Er ist doch noch lebt. Und dann würde er hochholen und dann einmal runterschmeißen. So, erstmal so und den mal holen. Lol. Run, 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 run. Go, 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 go. Dort eine Herrschaft. Hol Elpedius zurück. Oh, ja. Scheiß, wenn er dran vorbeigelaufen ist. Ja, ja, können wir vorbeischauen. Ja, hätte ich es gewusst. Weil ich sage schon, nächstes Ende. Halt die Fresse. Nur einen Moment, Elpedius. Hopp, 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 hopp. Die müssen wir jetzt ernsthaft sagen, da hat das Kind auf den fucking Stein da vorne gelegt. Halt einfach durch. Ne, da ist noch wer. Gebt das Kind hier durch, stech dich ab. Hopp. Ja, damit. Ich bin gleich in Rage. Mein Junge. Mein Sohn. Mein wunderschönes Kind. Ich bin hier, Elpedius. Martha ist hier. Du hast über meinen Sohn gewacht? Jeden Tag. Jede Nacht. Dafür hat er morgens gesorgt. Danke. Weißt du, er hat den Appetit eines Spartiaten. Wem sagst du das? Martha hat dir so viele Geschichten zu erzählen. Und du hast deiner Martha auch einiges zu sagen, wie ich sehe. Wer bist du? Ich bin Darius. Sohn des Königs von Persien, Artaxerxes. Artaxerxes? Kennst du meinen Vater? Wir trafen uns, aber das ist lange her. Er ist ein guter König und ein großartiger Vater. In Persien herrscht Frieden und Wohlstand. Er fehlt mir. Ein sicheres Persien. Das ist sein Vermächtnis. Das ist sein Vermächtnis. Ähm... Du machst aber nicht das, was ich jetzt gerade denke, was du machst, was du vorhast, oder? Das ist ein Witz. Wozu habe ich meinen Arsch aufgerissen? Was wirst du jetzt tun? Amorgus hatte recht. Ich bin Feuer. Das nutze ich als Leuchtfeuer für den Orden. Wenn sie nach meiner Blutlinie suchen, wissen sie genau, wo sie mich finden können. Aber sie wissen nicht, wo... Sie trennt sich in den Zorn und Darius nimmt mit. Und ich hoffe, der lebt noch zumindest lang genug, dass du Kleines dich selbst versorgen kannst. Der Orden wurde zu einem Zweck erschaffen. Wenn ich unseren Feind verstehe, kann ich ihn ausmanövrieren. Ich beschütze den jungen Kassandra. Ich behüte Elpidios und alle, die sein Blut teilen. Wenn der Tag kommt, wenn er nach seiner Martha fragt, was soll ich ihm sagen? Sag ihm, dass er eine Martha und einen Pater hatte, die unglaubliche Leben führten, unglaubliche Dinge sahen und das nicht so unglaublich war wie er. Sein Lachen, sein Wesen, sein Anblick, wenn er in meinen Armen schlief. Sollte er sich eines Tages ungeliebt oder allein fühlen, dann sag ihm, so einen Tag gibt es nicht, weil er immer geliebt werden wird. Hast du gehört? Du wirst immer geliebt werden. Die Dczyć-Theci-Lachen Okay, das Schiff eigentlich nicht unter, das kleine Pol? Aber du wirst aufstehen, Epidien, weil du stark bist, weil unsere Blutlinie stark ist und weil wir immer wieder aufstehen. Du wirst fragen, wieso? Auch wenn du mich nie kennen wirst, wisse dies. Du bist mein Sohn und ich werde immer für dich kämpfen. Für dich und für alle, die nach dir kommen. Cool. Amorgus ist erledigt und ich habe sein Schwert. Doch es ist nutzlos, zerbrochen und aus einem seltsamen Metall. Ich sollte einen Schmied aufsuchen. Das machen wir in der nächsten Aufnahme-Session sehr gerne, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Wir heben es aber auf. Oder? Oh, warte, bevor ich die Verabschiedung mache. Ah, das ist, ja, ja. Nein. Unser Kind ist in Sicherheit. Dein Vater auch. Nur dich konnte ich. Ich konnte mich nie richtig von dir verabschieden. ich möchte dir gern ein paar dinge bringen dieses mal komme ich zurück die reise genau genommen fähigkeit verschwinden verschwinden okay wir machen beim nächsten mal weiter nicht aufnahmen sehr schön dank fürs zuschauen fürs mit dabei sein die reise gehen noch heute beginten weil machen das fertig und dann kommt das tolle sache bis dahin und auf wiedersehen tschüss ja 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 ja